Weiter geht's mit Pai! Hei hei! Gut aber schlecht. Und los geht's. Mal gespannt was die kann. Let's stay, weil der Name schon wieder nicht mehr war eine Überraschung. Ich bin gespannt wie es mit Pai geht. Gesundheit. Gutes durchschnittliches Repertoire. Gute Beinarbeit. Hände und ein bisschen Schüsse. Karat. Turingias. Ne nicht Springfighter. Irgendwie als Final Fight. Wie heißen die? Virtua Fighter? Nimm doch den mal! So, tschüss. Oh, ist er vom Boden gefahren. Es tut mir jetzt aber fast leid. Wie gesagt, nur fast. Mann, steht doch mal auf! Was bist du für Neymar? Neymar für Arme hinten. Tut nichts. Lieg ihm herum. Das sollte meine Ex sein. Der macht einfach nichts. Juni, bist du ein Toten? Ein Toten. Jaaaah. Ahem. Let the red rose of blood bloom. Hallo Mary Rose! Ich vermöbel ich gern. Warum? Weiß ich auch nicht. Hallo, ich bin Mary Rose. Oh, ich bin eine Zwölfjährige. Oh, ich habe ja bisher schon mit 20.000 Männer geschlafen. Hehehehe. So, wie reicht das etwa? Hei. 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 Weiß dich werубelen. Du lässtüst卦lich Cookieler. Du lässt dich vermöbeln du lässt sich vermöbeln du lässt dich vermöbeln. Lässt dich vermöbeln. Mani. Also also går alto sein jetzt Túa+. So, ob스만 ist alles du verd Atari Reihen. Wieder da! Das war ein ganz fieser Konrad, du kleine Heususe. Heu nicht um, heu nicht um! So kindische Kämpferinnen locken das kindische mir vor. Na, hat's gefuckt? Heute haben sie mit sich schnell hingehoben, oder? Sind die nicht bei FIFA?! Winner! Na, Red Bull gesoffen, oder was? Dann kann's ja weitergehen! Mann! Pack deine Nippel wieder rein! Ich werde dich sehen! Kommt rein und kämpft! Ja, ja. Ja, 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 ja. Ach, ist das Lade. Sorry. Geht auch mit mir, ich bin mal nach unten. Dusch dich mal. Also, nee, noch kein Wasser. Aber die haben... Ihm ist... Nein, Pai ist nicht, mein Ding. Da war... Die Größe brauchen wir bis jetzt noch La Mariposa. Oder Lisa. Oder Leisa. Oder wie man sie nennt. Die war gut. Voll die Überraschung. Killerin. Aber heiß, sorry. Immer werd ich halt mit dir nicht so warm. Tja. Hör zum letzten... Move, hatte ich nur überlegt. Oh, geh jetzt duschen. Geh jetzt baden. Das heißt nicht klug, was ich hier mach. Geh doch mal nach Hause. Oh! Kondorfinner! 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 Oh, Kira, der ist aber es. Bier durchhalten! Och. Ja! Fahr nicht um! Na das ist gut. Schöne Augen. Schöner Zopf. Okay. Wie ist sie schon wieder? Momichi. Okay. Momichi, die war auch gut. Aber heiß irgendwie. Ne, nicht so heiß. Wow, das war eine kleine Spiel. Das tut gut. Ich mache vor der Kopfbehandlung. Nein, ihr seid eh keine Gegner für mich. Okay. Was soll das denn jetzt? Schäm dich. 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 AUTSCH. Nein, nein, du tust du nicht, nein, du tust du nicht, nein, du tust du nicht. Nein, du tust du nicht. Das tust du. Alter, wie ist gelenkig meine Vorsicht? Du hast überhaupt einen höchsten Wunder, du hast gerade wegsinnert. Oh, Tina, hallo. Den Spagach gemacht. Ja, die hat einen höchsten. Das ist eine Turnhose. Ich dachte, das sei nüsig. So ein Mini-Rock. Zu Glück nicht. Zu Glück nicht. Wir wollen ja alle hier seriös bleiben, ne? Schön, wenn die mitten in die Nachnahme nicht ausfällt und du-du-du-du! Was nimmst denn du da? Duftschläge oder was? Sehr gut! Strandflüssig hat ziemlich Flapps aus FPS. Geh dir mal tusen, du Schlampe! Kein Spass. Sich muss man immer ins Wasser drücken, oder? Nochmal aus! Nein, nein, sie sauber, sie sauber. Nein, bist du nicht. Du bist schlampe, du bist direkt. Du musst gereinigt werden. Oh, hör mal. Nein, das tust du nicht. Das tust du. Das ist Staub beziehungsweise so geil. Das tut mir so leid, aber es ist so genial aus. So, also, Sprache, nein, ich bin nicht für mich geborgen. Doch, tust du. Doch, doch. Doch, doch. Na, hallo Madame. Was ist denn heute für ein Programm in der Maso-Piste? Nicht, dass ich da mit Erfahrung hergehe, zum Glück. Nein, das ist doch nicht. Es ist aber gut. Wieso? Ach, die fällt doch da irgendwie hin. Sorry, aber mit 2 kann ich sie behaupten. Tut mir leid, tut mir leid. Aber, es muss getan werden. Für die Quote, für die Quote. Okay. Wow, das ist ein guter Move. Das ist ein sehr guter Move. Damit lasse ich mir immer einen Special-Move machen. Ey. Okay. Ich glaube, wir zwei haben noch eine Hilfe miteinander rufen. Mit ihr spiele, werde ich ihn immer verlieren lassen. Oh. Keine Spass. Ja! 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 Was schreit ja immer im Weg! Spaß! 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 Dein Konfu ist nicht stark genug. Ich habe ja nicht Konfu. Du Ruh! Na gut. Dann hau mal rein. In den Bateman. Stabilere Wände, oder? Stabilere Wände. Sorry, ich kann nicht die anderen, ich kann das nicht so meinen Tränen. Das sieht so genial aus, wie sie es im Übrigen sagen, soll ich jetzt sterben oder nicht? Sorry, ich mach hier mal Bart und zwar, das bringt einfach nichts, kann mit der einfach nicht zu viel. Ja, kriegst du noch Luft? Aber schöne Augen hat. Ich muss mal, ich kann eigentlich gar nicht viel. Werden tun sie, ist ja egal. Gut. Läuft ja wenigstens. Mir fällt nichts mehr ein. Ich trage mich noch kurz durch, aber hi ist nichts für mich. Ah ja. Na natürlich schon, du musst ja nicht drücken. Ach das war schon. Blam, wie sagst du das? Sorry, für mich wurde, nein für mich. Ja, in Dead Alive sehe ich es ja nicht mehr so. Äh, es haben Haut betont. Aha. Ist ja nicht schlimm. Meine richtige Fans von Dead Alive wissen ja um was es geht. Sand ist Bonus. So. Was hast du jetzt für ein Kostüm bekommen? Nein. Ey, ey. Na ja, Hochzeit. Pfff. Okay. Und der nächste ist, die nächste ist Rachel. Den haben wir noch. Holoka. Okay. Äh. Aber nachher aus das Kostüm schauen. Okay. Oh Gott. Okay. Ich schläft. Aus. Was ist ja nicht so viel Ninja Gaiden? Leider nie gespielt. Ja, glaube ich. Ich würde auch in Bayonetta passen. Kein Kostüm sagt mir was richtiges dazu. Ich höre ja gut hin. Okay. Postbotenartfit. Pfff. Na gut. Welches hat mir am besten gefallen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube es war... Das hier. 19. Das heißt der hier. Nein. Ich glaube... Hm. Was ist das hier? 6. Ich glaube jetzt war das hier. Das sieht. Hm. Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Gut. Dann gehts dann weiter im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Thomas. Ich weiß nicht. Und dann würde ich Ihnen anschauen. Vielen Dank.